So, willkommen zurück zu Leos Fortun, dann wollen wir mal. Before I went deeper, I paused to imagine the thief. Cousin Victor was a suspect, his moral compass twitched like broken clockworks when gold was near. But Aunt Olga, with passion, her pursuits for pure metal were fierce, with no compassion. And Uncle Sergei was the ruthless one, our wolf of the lands. But we used to laugh together, now we had not spoken in years. It was their loss, but despite this pickle of a trap, I followed the gold underground. I was choiceless, at least momentarily. Minenloser Maschinen. Dann wollen wir mal loslegen hier. Oh shit ey. Fängt da hier schon mal gut an ey. Oh, verdammt in der Sammer. Gehst du mal da hoch ey? Na ja wunderbar. Na los Alter, geh da hoch ey. Na ja. Na, geh da doch ey. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Wie komm mal da runter? Na ja. Erstmal hier hoch wahrscheinlich. Ach so. Ja alles klar. Okay. Achso, der Schalter, alles klar, jetzt halt wieder zurück, dann können wir da den Schacht runter, den wir da nicht sehen haben, komm ey, das ist ein Binderstück, das ist ein Binderstück, das ist ein Binderstück, da muss ich nicht sehen, das kippst doch gar nicht Nein, kann nicht sein, kann doch nicht sein, na ja, hier macht mich nicht glücklich Ei, nein, 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 komm vorwärts hier Oh man, der wird ja immer besser hier. Und zack. Und zack. Ich bin besser. Ach man. Ich bin durch hier. Ja, hier ist Ocean wieder zu. Ach man. Naja. So. Na, hoch mit dir hier. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier passiert. Okay. Ah. Some kind of puzzle. Ach so, die müssen bestimmt da hoch oder was. Aha. Na, das wird ja lustig. Ja. Aber gar nicht mal so schlecht die Idee. Ach, wie ist die da hoch jetzt? Ich bin da hier nicht mehr hin. Pin bei hier. Sag mal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, wunderbar. Das ist ja hier noch. Ja, wunderbar. Haha. I sold it. Ja, ja. 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 nationally lang. Ja, ja. Bis zumal. Er ist ja noch nie vertraut. Scheiße, aber geil. Ja, komm, 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 ja wunderbar. Ja, wunderbar, sehr geil, also auf jeden Fall. Also. Besser, jetzt nicht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder runterreden. Bis dann.